äh ok welche map ähm ähm craft ein farmhaus vorsicht im dunklen der geist kann dich spüren wenn du ihn schlägst oh ich spüre ach manchmal leute im dunkeln oh je oh je sich hieß an oh je das foyer wer das denn was für eine trecksfamilie denke ich mach das jagt der der jagt nein jetzt können wir das licht wieder an machen aha alkoholiker aha dots aha da lief ja schon wieder boah voll aber ja willst du mal schnell weg gehen wo gehe ich denn schnell hin wo bist du zeig dich leslie leslie wer ist ein lieber hund hä leslie oh gott leslie komm her verbrenn ein kruzifix mach das licht an mach das licht aus antworte mir fick dich man legt mir doch die kruzli ich glaub die will nicht die camp die ja ops interesting ja wichtig die temperatur schließe ich aus oh je mach gut doch hab ich aha drei sterne geist foto ergreift der jagt hat er dich umgebracht ja das ist eine alte hexe ich glaube die ist da wo meine kamera ist in der regel gekommen dass wenn du sie hinlegst also ich bin nein ich schwöre irgendwann das telefon klingel das spiel ins krankenhaus ich will da nicht mehr rein gehst du bitte jetzt mal ins telefon du traust dich eh nicht mehr rein für den beweis warme raichu oder tai ne eher raichu du säufer komm hier in den van rein und sie über die leeren seltenflaschen okay na toll ich mag die willow street babababababapababa hab keine angst mehr keller oder ist es der keller ja ja wir sind unter null grad er hat gemalt ins buch und das sieht nicht freundlich aus was ist das denn james das hat ja noch nie einer gemacht das ist auch neu äh james was Ich hab noch nicht fertig mit dem geredet. Ich will auch gar nicht mit dem fertigreden. Nicht? Nein, meinst du der ist vielleicht ausgerastet, weil wir ihm zugeguckt haben, wie er hässliche Bilder ins Buch gemalt hat? Na, das war schon ziemlich hässlich, oder? Das war... Oh, no, 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 no! Fuck, Alter! Äh, EMF ist auf 5. Ne, ist 4. Ja, eben war 5. Sicher? Ziemlich. Ja, es war 5. Sicher, sicher. Ich hab eigentlich kein Licht. Ich weiß nicht, wo es rausgeht. Nicht? Wo ist Licht? Ärgerlich, wenn man es nicht weiß. Ah, Ruhen. Ich möchte nicht mehr. Aha. Was? Aha. Aha, was? Ich bin auch nur bei EMF 4 weiterhin. Ja, aber du hast ja auch keine Ahnung. Oh. Ja, jetzt greift er uns gleich an. James, James, rede mit mir. Bist du hier? Bist du hier? Hihihi. Ja, das ist gut. Oh, er kommt, er kommt, er kreift an, er kreift an, geh hoch. Ne, er kreift nicht an. Er ist mir nur erschienen. Also, Ultraviolett wäre Dämon, EMF wäre Shade, Geisterbox wäre Moroi, Geisterorb wäre Revenant. Also, nur noch Geisterorb, Geisterbo... Äh. Welcome back. Connection lost. Noch einmal. Ja, nochmal die gleiche. Garage. Carlos. 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 Ca... Ca... Wie geht das nochmal? Carlos Esperanza. Möchtest du mit Carlos reden? Carlos Senorita, wo bist du? Ah, er schreibt sie ins Buch! Gut. EMF 2, Temperatur 1. Über dir sind Dots, äh, nicht Dots, ähm, Orks. Das Ding hätt ich hin. Ah! Da ist er, guck mal! Haha, was ein Clown, alter. Ah, Dots! Ja? Ja, definitiv Dots. Das war easy. Tai. Geh nicht Level Up? Oh! Oh! Ein besserer Fotoapparat. Hm, die gute Witch View. Oh, die neue Kamera ist aber... Hüpsch! Ja, die war neu. 1980. Irgendwo ist Musik an. Ja? Ja, hier ist, hier ist der Geist. Wie macht man der Radio aus? Eigentlich nur anklicken. Hilfe! Äh... Irgendwo... Oh, da unten steht da, der Treppe! Haha! Äh, stopp! Hinter dir! Ja, da wo du grad hingeleuchtet hast. Treppenaufgang. Da seh... Leucht mal nicht mehr hin. Leucht mal weg. Ja, da ist ein Orbs. Alter, der hat hier alles rumgeschmissen, glaub ich. Äh, äh, Dots, 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 Dots! Boah, dir! Da! Ja! Ja! Hast du gesehen? Ja, was war das denn für einer, alter? Hier auf der Treppe steigt auch die Temperatur. Ich glaube, der ist noch oben. Wo bist du? Sprich mit mir! Zeig sie! Alles klar! Die Jessica mit ihrer sehr männlichen Stimme hat right here gesagt. Es ist ein Tai. Schon wieder. Miauts genau. Hä, bei mir ist es ein Yokai. Ja, bei mir auch. Kreuz bitte den Richtigen an, du brauchst das Geld. 980. Äh, die gute Tanglewood. Der Klassiker. Ich hol mal die Schlüssel, ne? Hol mal die Schlüssel. Gmf3. Er ist hier. Ich hol Zeug. Hä? Pfff. Die Blitzeffekte sind ja scheiße. Linda Hans! Ah! 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 Ei! Kommst du mal? Huch! Er hat dasselbe gemalt wie der andere Geist. Oh ne, wieder so ein mächtigen Künstler, alter. Soll ich mal mit ihm sprechen? Gerne, gerne. Ich hab einen besseren Draht zu Frauen. Ist das so? Ja. Geh mal raus da. Hey Linda! Na? Linda! Warum sprichst du nicht mit mir? Oh Gott! Wo bist du? Sprich! Oh ja! Also Orbs haben wir schon mal nicht. Alter! Yo! Ich glaub die tötet uns jetzt. Aber hier ist ein Kruzi, die kann uns nicht töten. Wenn sie hier noch ist. Warum hast du jetzt da drin Atem, ha? Warum sinkt jetzt hier drin die Temperatur, ha? Die ist jetzt hier. Cool! Ja, die? Nee, die steht hinter dir. Da hinten. Da hinten guck. Ah. Toll. Ah! Ein R5! Wir können gehen. Yes! Linda, check sie, winke, winke! Alter, guck dir das mal an hier. Komm mal! 600! Ich find's geil, wie wir uns gefreut haben, dass wir noch ein Foto-Barrad haben. Aber das verwendet einfach keiner. Das stimmt! Ach guck mal, die Whitview-Court ist immer gut, oder? Okay. Ah! Äh, oben! Moment, ich mach uns noch ein bisschen Platz. Danke. Warte, warte! Okay, jetzt! Was denn? Ich hab Teller geklaut! Hehehehe! Hab Kruzi und Box! Ich hab'n Dachschaden! Hi! Ja bitte! Ja, ich hol's euch, ne? Hey! Ich hab' nicht grad' die Tür zugemacht! Ja! Okay, dann rede ich jetzt mit dem! Eddy! Wir sind gekommen, um dich zu erlösen! Eddy! Komm, komm, komm! Ja! Minus 0,1! Unter 0! Pass auf! Buch! Buch! Gme 5! Oh, Eddy! Du spiel war der Walder! Ja! So gut sogar! Meinst du, man zieht es, wenn man nicht drin ist? Also, äh, was haben wir? Violett, EMF und Temperatur, ne? Wir haben halt kein einziges Zusatzding, ne? Oh Gott! Es geht so schief! Eddy! 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 Hehehehe! Eddy! 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 Mom! Mom! Los! Ich kann doch geh! Ah! 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 Ich, ich geh! Ready? Ja! Nochmal 7,55! Guck mal, wie viel Geld das gibt! Ist doch easy! Wir haben alle täglichen Aufgaben auch erfüllt! Hey! Ja, meine Rede! Meine Rede! Ja! Ich, ich säg! Ah! Oh!